Gabel. Gabel ist ein Gerät zum Essen. Gabel ist auch ein Gerät zum Heben und Wenden in der Landwirtschaft. Gabel ist allgemein ein Gerät, das an einem Stiel zwei oder mehrere Zinken hat. Es gibt auch die Astgabeln, es gibt die Heugabeln, die Mistgabeln. Die meisten Menschen werden unter Gabel ein Essgerät verstehen.